Erleben Sie eine neue Chart-Innovation. Entdecken Sie den Kryotankwagen auf einem neuen Level. Hier haben wir drei Chart Industries Produkte in einem modernen Fahrzeug vereint. Unsere Produktentwickler haben ihre Kundenwünsche aufgegriffen und moderne Technologie miteinander vernetzt. Die Multi-Control-Steuerung von VCT Vogel für die automatisierte Bedienung und Überwachung des Tankzugs. Die Flowcom 3000 von Flow Instruments gewohnt präzise und zuverlässig mit perfekter Anbindung. Und das alles im Tankwagen der GoFa, der Standards in Qualität und Zuverlässigkeit setzt. Die Verbindung mit dem Messsystem Flowcom 3000 bietet neue Funktionen. Das Ergebnis ist Geld und Zeitersparnis sowie maximale Sicherheit und Komfort für Fahrer und Unternehmer. Der Tankwagen setzt damit neue Standards auf dem Markt der cryogenen Fahrzeuge. Er ist Gewichts-, Bedienungs- und Serviceoptimiert. Die Multi-Control- Steuerung von VCT Vogel ist mehrsprachig verfügbar und unterstützt den Fahrer beim Be- und Entladevorgang durch die Automatisierung. Damit sparen Sie in Zukunft teure und lange Fahrerschulungen. Außerdem wird dadurch der Wartungsintervall für Pumpen und Ventile erheblich verlängert. Die Anzeige von Öltemperatur, Füllstand, Hydrauliköl, Motordrehzahl und so weiter sind nur einige Parameter, die dem Fahrer angezeigt werden. Über die optionale Fernwartung des Systems wird eine mögliche Systemdiagnose zum Kinderspiel. Außerdem ist das System kompatibel mit allen gängigen Hydraulikaufbauten am Motorwagen. Die Flowcom 3000 von Flow Instruments mit ihrem Farbdisplay ergänzt die Multi-Control perfekt. Sie ist ebenfalls einfach in der Bedienung, wartungsfreundlich und enthält die bekannte verschleißfreie Meschtrecke mit lebenslanger Garantie. Der Datenlogger speichert alle Parameter von mehr als 4000 Abtankungen. Die Datenübertragung nach der Abtankung erfolgt per Bluetooth für eine schnelle und genaue Abrechnung. Verfügbar ist die Flowcom für alle cryogenen Medien, CO2, LNG und Wasserstoff. Der Gopher Trailer setzt neue Standards bei Payload und Sicherheit und ist marktführend. Dazu gehören unter anderem ein niedriger Schwerpunkt und die hochmodernen Werkstoffkombinationen. Die lärmreduzierte Be- und Entladung, die exzellente Straßenlage und das sehr gute Fahrverhalten sind weitere Highlights. Jeder Sonderwunsch kann technisch berücksichtigt werden. Unser After-Sales-Service garantiert Ihnen europaweit die maximale Verfügbarkeit Ihrer Flotte. Sie sehen, wir haben drei Chart-Produkte zu einer einzigartigen Lösung vereint. Ihr Geschäft wird dadurch sicherer, kostengünstiger und komfortabler. Steigen Sie ein in die Tankwagen-Zukunft von Chart und informieren Sie sich jetzt über die Details. Innovation. Made by Chart Industries.